Da fragen wir nach bei Esther Neumeyer in Berlin. Was bedeutet der Verkauf von Schenker für die Bahn? Naja, wir haben es gerade gehört. Man muss es aus zwei Perspektiven, glaube ich, betrachten. Einerseits fällt der rentabelste Teil des Unternehmens nun weg. Also von dort kommt kein Geld mehr perspektivisch in die Bahnkassen. Auf der anderen Seite fließen in die leere Bahnkasse jetzt auf einen Schlag 15 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Summe. Und in Anbetracht des riesigen Milliardenschuldenberges, den die Bahn ja vor sich her schiebt seit Jahren, ist das natürlich eine erhebliche finanzielle Erleichterung. Der Deal markiert andererseits auch noch eine Art strategische Zeitenwende. Nämlich weg vom internationalen Geschäft zurück zum Kerngeschäft. Konzentration auf die Schiene in Deutschland. Wie reagiert denn die Belegschaft von Schenker? Der Käufer, die dänische DSV, hat ja gesagt, Stand jetzt, das ist das, was man weiß, dass Arbeitsplätze gesichert werden sollen, zumindest für zwei Jahre und auch zentrale Funktionen am Schenkerstandort in Essen auch erhalten bleiben sollen. Die Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaft EVG beispielsweise, allerdings ist doch in gewisser Weise alarmiert und sagte vorhin, dass sie jetzt erst einmal ganz genau prüfen, wie denn diese Arbeitsplatzgarantien aussehen sollen. Und erst dann wolle man entscheiden, wie man im Aufsichtsrat zu diesem Deal abstimmen wird. Diese entscheidende Sitzung, das Gremiumaufsichtsrat tagt am Mittwoch. Und nur wenn da die Mehrheit für diesen Deal stimmt, ist der Schenker-Deal in trockenen Tüchern. Das ist der Neumayer. Dankeschön für die Information.